Welchen Knopf? Halt, warte, wohin willst du hin? Weg! Raus! Da war doch nur eine Mission! Nein! Hä, warum? Die Mission, die wir jetzt ausgerüstet hatten, hat uns dahin geführt. Hä? Ja! Okay. Okay. Also war in meinem Haus und so weiter fertig? Ich schätze mal ja. Ich dachte wir hätten noch die Nebenmission. Gönnt sich Ananas, Kiwi und Erdbeeren. Ich ess grad Kekse. Ja. Und wo ist deine Mission? Eine Mission? Da oben in dem Haus wieder. Ah ja. Okay. Weißt du, sind wir doch nicht mit dem Haus fertig? Ja, das ist jetzt die gefeuert Mission. Das ist eine Nebenmission. Der hat noch... Dann gehen wir wieder rein. Nee, nee, jetzt können wir das auch abgeben. Ich drück jetzt. Nein, dann geh ich jetzt ins Menü. Das ist nämlich jetzt viel umständlicher, wenn wir hin und her... Ja, Sven beschwert sich doch! Dann trete ich ihn jetzt hier runter. Süße Sparta auf Wiedersehen. Meinst du, du schaffst eine Runde gegen mich? Hat wieder irgendeiner was mit Sex besessen gesagt? Ich komm rein, ich bin Sex besessen. Ja, genau. Ich bin Sex besessen. Das ist nur einer meiner formuellen Begründungen oder sowas. Er hat schon mit ihren Öffentlichen genug zu tun. Warum? Warum sagt er das? Das ist nur ein Brennofen oder irgendein großes Ding, das Brennofen verbrennt. Level up! Noch starker. Ja... Mein Arsch, Juck. Was? Hast du von jedem Parten umgehört, der Punkt für überhöhte Geschwindigkeit bekommen hat? Mein Arsch, Juck. So, ganz trocken, so trocken wie er kippt ist. Mein Arsch, Juck. So, jetzt aber hier. Der war gut. Mir ist langweilig. Ja, mir ist auch langweilig. Ich geh jetzt. Ich spieg kurz weh. Ich guck mir die... Was, was, was wollte er sagen? Ich muss mir irgendwann wieder was? Ich will's nicht wissen. Aber was hat er gesagt? Mein Arsch, Juck. Am Arsch die Räuber. Seid ihr noch fit? Wichtige Telefonate erreichen dich nicht einfach so. Nein, wichtige Telefonate warten, bis du den Mund voll hast. Oder auf dem Klo die Hose runtergezogen hast. Das ist wahr. Das ist wirklich so. So, jetzt müssen wir wieder ins Haus. Vorhin hat sich mein Nachbar mit seiner Frau gestritten. Und daraufhin das WLAN abgeschaltet. Alter, was kann ich denn bitte dafür? So, und mal gucken, ob ich hier was zum Verkaufen hab. Das hast du gut gemacht. Ich hab nix. Was? Nö, ich war schon oft genug am Automaten. Da hätte man ein paar gute... Du hast gute Clips draus machen können. Aus... Aus den ganzen Sachen, die jetzt gekommen sind. Wolltest du Chips lesen? Ja, ich wollte Chips lesen. Ich auch. Ich hab sogar Chips gelesen. Aua! Ja, ich ja fast auch. Warum laufst du nicht durch? Du sprichst, ich will den aufmachen, da ist Geld drum bestimmt. Ich glaub, ich bin hier falsch. Wow, Sven. Sven, ernsthaft? Ich verprügel dich. Komm mal her. Komm mal jetzt her. Hä? Wo geht's aber denn sonst lang? Andere Seite. Hoffentlich stirbst du an dem Gewicht. Es wird aber nichts dahin. Kann man immer noch. Man kann immer noch Clips machen. Och, der Fahrstuhl. Ach so, ja, okay. Stimmt. Da gab's nen Fahrstuhl. Warum folgt ihr mir? Ihr wisst das doch! Warum guckt ihr nicht mal selbst auf die Karte, wo man langmuss? Ja, genau. Warum folgen wir dem eigentlich? Oh, ne! Xena, die Kriegerprinzessin! Ich versuche hier zu überleben. Oh, klar. Oh. Warum sind die alle bad-ass? Die krieg ich doch nie tot! Oh, ich hab's jetzt als einzigste bis zum Aufzug geschafft. Ich wusste nicht mal, wo der Aufzug ist. Du weißt doch! Du weißt doch! Ich und Liz! Wir verlaufen uns! Wir sind sogar gleichzeitig gespawnt! Das Leben ist mein Kreislauf. Du weißt doch! Ich und Liz! Wir verlaufen uns! Wir verlaufen uns! Wir sind sogar gleichzeitig gespawnt! Wir sind sogar gleichzeitig gespawnt! Was ist das? Was passiert da? Keine Ahnung! Das hat ja Spaß! Liz! Bist du da? Ja, ich bin schon hier dran! Lass uns in Ruhe! Wir sind übrigens da! Hey! Rein ins Anmessen! Mal wieder! Okay, das formt gleich eh wieder bei mir dann! Dein Tier hatte Spaß! Ah, das hat in den Untergrund gepinkelt! Achso! Mein Tier pinkelt überall hin! Das ist alles in seinem Besitz! Oh ne! Was ist das denn?! Oh, ich kann mir gleich das nächste Taschenabgericht leisten! Was ist denn? Äh, sieben und acht Schausen! Oh nein! Ganz ehrlich, da wäre es mir doch lieber, wenn man es mit Iridium kaufen könnte! So, komm ich jetzt da durch! Wieso komm ich da nicht durch? Achso, ist ne Scheibe! Geh durch die Tür! LOL! Das hatte ich aber vorhin auch gemacht! Da hab ich gedacht, nein, da komm ich immer durch! Wollte auch zuerst durch die Scheibe! Hab auch jeden geschossen! Das war die Intelligenz pur! Ja, wir sind nur auf Intelligenz-Bestie! Absolut! Merkt man! Ja, du auch! Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich bin noch gar nicht da! Was?! Oh, mit dem wär ich gar nicht da! Okay! Ich komm hier nicht rein! Ich hab aber eine! Der rennt mit irgendwas hinter dir! Oh! Der ist geplatzt! Ich weiß nicht, was ich gerade abbekommen hab, weil das so ne... Also, was ist das nicht getan? Nein, er kriegt nen Kopf! Der Planeten ist echt schrecklich! Ich mag den Planeten hier nicht so! Hm? Ich will hier rein! Hier ist aber gesperrt! Warum? Achso, wir brauchen nen Auge oder so! Ja, Beute Bargeld! Wo müssen wir lang? Die Nahrungsschaften! Die Nahrungsschaften! Wunder, wie Estábchen du tut! Zehendinsgetter! Ich weiß nicht, wo's lang geht! Ich auch nicht! Ich find nur Geld! und ich hoffe dass es vielleicht hier irgendwo weiter geht ich glaube ich habe was gefunden diese diese dieser dieses ding hier war doch vorher weg oder was rausgekommen ist was macht ihr da ich habe ja keine ahnung wie schnell du hierdurch rennen sorry ich will die mission ja auch hier ja ich habe es auch nicht deswegen bin ich auch weitergelaufen ich stehe vor einer tür kommt er nicht durch denn das hier unten war eigentlich weg ich würde mal sagen wir müssen noch einen stockwerk höher ja hier ist die tür wer ist irene killer hat den weg gefunden da unten ist aber auch eine tür wir sind gleich wieder da automaten automaten ich musste mal eben ich bekomme eine granate ich bin da wo kommt man da hoch an meinem ersten abend dort haben mich montius eine frau zu einer show namens tanzen gold in ihrem haus eingeladen es gibt der entriegelungs mechanismus ist in den voreinstellungen der bühne verbauten such nach hinweisen welche requisiten wir brauchen das ist eine kiste mein vater hat poster seiner lieblingsstücke im theater aufbewahrt vielleicht ist auf einem davon ein hinweis ich habe es ja ich habe es hier das große a also diese zeichen machen wir das machen wir den anderen weiter ist das nein muss eine zerstörte stadt sein nein das ja doch noo veruldigung und der typ äh weiter ja und was jetzt genau das ist das du hast es geschafft die feiltür auf der bühne führt direkt zum arbeitszimmer meines vaters beeiligt du musst es durchsuchen das war jetzt teamwork ja ja stell dir mal vor das macht man alleine wie viel hat er jetzt schon gemacht er kommt rein und direkt was auf papier echt wie viel hundert ja klar davon hätte er sich Code Bain holen können warum warum so das letzte mal das schöne Lied hören muss es auf zehn euro machen das schöne Lied ja das stimmt und jetzt schon vielen vielen Dank für die noch hundert euro dann etwas was weh tut dem ja dann tut es ja mir weh ich schreit eine Frau so ja was so ein Horror-Szenario da kriegen die aber da kriegt die aber noch mehr hundert euro dann mich bei Overs Streaps naja für hundert euro würde ich mich aber auch erschrecken lassen das war ein Opening vom Anime das war mein Alert wenn hundert kommen kommt der Alert oh Dankeschön Unitschamlich ich genieße das letzte Mal Leute hier steht ne Waffenkiste übrigens ne ja ich bin ja erst gekommen hallo diese Scheibe ist so alt wie die Jacobs Corporation selbst und ich habe den einzigen Ligno-Plattenspieler im System wenn er mir eine Nachricht hinterlassen wollte ist sie darauf ich weiß grad nicht wie der andere heißt bring sie zurück zum Jagdhaus kam er hier an äh eines meiner Lieblingslieder ich bin oh ups Kiste gehe durch den Keller raus oooh nein ich bin runtergefallen oh das ist ne Kiste ach das er ja wieder Cheetah ne ich bin einfach nur wieder hochgebrochen nix Antriebskraft weil ich reich bin nein so und reiche Leute bekommen was sie wollen ist das so? hm naja ja ja oh die Waffen die sind da um zu verkaufen 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 irgendwie so mäh ne irgendwie schon das hört sich auch sehr gut an das hier ist wirklich schön ja auf deutsch genau ich lauf hier in der Seite vorbei oh Gott ja es wäre am besten Hilfe da vorne sind die Automaten die sind da um zu verkaufen ja 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 und Nixchan wie gehst du? du hast ja jetzt äh feierabend ne ja ich glaube da tut uns gerade was weh ich glaube da tut uns gerade was weh ich schrei halt noch lauter oh schreik oh schreik oh schreik meine Güte hat die einen Stimmorgan ey hm ja lass dich nicht so oft helfen Helene Fischer bei 100 Euro in Zukunft ja dann ja dann vielleicht keiner mehr genau wir schießen dann würde ich aber auch freiwillig gehen Atem los oh nein so ähm seid ihr bereit? ja was eine Waschmaschine auf meinem Kopf macht Liz? hast du ja gesagt? ja ok nein Killer ich hab's ich hab's geahnt wie soll's mir schon gehen? ich frag trotzdem kann ja sein dass sich irgendwas geändert hat das muss ich auch grad strecken ja im gleichen Moment aber auch das steckt an lass das bringen da die Leute nicht auf Ideen Ben nein da muss schon 99,99 sein machen die 99 Cent machen viel aus zu legen doch nein lass das nein doch oh 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 ja ja ach das war der Sound ok ich muss grad überlegen ich hab hier so einen Sound mit Spongebob ich muss grad überlegen was das ist wenn jemand flucht von euch ich hab dann passenden Sound mein nächster Aleph-Test steht an ich kenn das nicht so gut ich auch ich oh dype Weinright dype platte soll ich seid ihr da ok ich kann immer noch nicht glauben dass die Kalypse aus meinen Vater ermordet haben warum lauf ich eigentlich ich muss meinen Plattenspieler zum laufen bringen ja warum teleportierst du dich nicht du weißt dass Aurelia die scheiß Fanatiker schicken wird um uns zu finden das untere teleport-Dings wenn wir lange genug durchhalten wollen um die Kammer zu öffnen brauchen wir eine eigene Armee einen Jacobs Widerstand kach